Was war denn da wieder los? Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chris und das ist der Webkommentar zur letzten Woche, was ich so kurioses, seltsames und interessantes im Internet gefunden habe und für euch jetzt hier in diesem Kurzformat aufbereiten werde. Heute geht es um eine PayPal-Rechnung, die plötzlich jemandem unglaublichen Reichtum verschafft hat, aber leider eben dann doch nicht. Heute geht es außerdem um Dubai, wie sie versuchen, Fett mit Gold zu bekämpfen. Und zum Schluss gibt es wie immer ein paar lustige, interessante und sehenswerte Web-Tipps-Videos, die ihr euch reinziehen solltet. Außerdem im Hintergrund läuft heute Mirror's Edge von Kirito, der mir das Gameplay zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank und der Link zu dir ist natürlich in der Beschreibung. So, was war denn los? Ich habe was gefunden und habe gedacht, mein Gott, wenn mir das passiert wäre, was hätte ich wohl gemacht? Da ist jemand plötzlich unglaublich reich geworden, der hätte wahrscheinlich halb Europa kaufen können. Ich kann die Zahl auch gar nicht genau aussprechen, ist aber auch nicht wirklich wichtig. Irgendwas von Quadrillionen und so weiter hat da jemand plötzlich auf seiner PayPal-Rechnung gesehen. Ja, leider hat er es nicht alles überweisen können woanders hin, besser gesagt gar nichts, denn er hat das Geld natürlich gar nicht gehabt, sondern es war ein Fehler im System von PayPal, die einfach seine Rechnung dementsprechend falsch ausgewiesen haben. Und deshalb hat nach einigen Klärungen, einigen Missverständnissen der Mann dann doch wieder auf seine normale und wahrscheinlich eher traurige Kontostand zurückblicken müssen. Naja, schade, aber sowas kommt leider auch mal vor, dass man einen unerwarteten Lotto-Checkpot, der ja so unglaublich hoch war in dem Fall, dann doch nicht bekommt. Und ein weiterer News ist Xbox One und zwar haben wir ja jetzt in letzter Zeit nicht mehr so arg viel davon gehört. Und die Frage ist natürlich immer noch, was soll denn eigentlich jetzt der große Vorteil von Xbox One sein? Warum sollte man das kaufen und keine Playstation? Jetzt mal abgesehen von den ganzen Titeln, die natürlich exklusiv für die Xbox One kommen und die man unbedingt spielen möchte, dann kommt man natürlich nicht um die Xbox One herum. Was ich jetzt aber auch gefunden habe, ist, dass auf der Xbox One angeblich die Spiele nicht mehr komplett installiert werden müssen, beziehungsweise nicht mal komplett heruntergeladen werden müssen, um gespielt werden zu können. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, wenn man sehr schnelle Internetverbindungen hat, immer noch ein Thema. Denn man muss ja durchaus Stunden warten, bis das Spiel heruntergeladen und installiert ist, beziehungsweise manchmal auch einfach nur wegen den Updates. Battlefield-Spieler wissen natürlich, von was ich rede und bei vielen anderen Spielen dürfte das auch nicht anders sein. Wäre also natürlich genial, wenn sich da was dran ändert und ob das aber tatsächlich auch so sein wird, das müssen wir erst noch sehen. Das sind noch keine gesicherten Informationen. Etwas gesicherterer ist allerdings die folgende Nachricht. Und zwar hat der Bundesgerichtshof ein Urteil rausgegeben, wonach möglicherweise Free-to-Play-Games in Deutschland bald der Vergangenheit angehören könnten. Denn Free-to-Play-Games sind ja, naja, wir wissen es ja immer so eine Sache. Die einen sagen hier, Pay-to-Win, also man bezahlt Geld, um das Spiel dann besser gewinnen zu können, beziehungsweise gegenüber den Leuten, die nichts bezahlen, eben einen großen Vorteil haben. Das muss nicht sein, das kann so sein. Auf jeden Fall ist auch immer ein großes Problem, dass Kinder eben da viel, viel Geld lassen, teilweise mit dem Handy bezahlen und so weiter. Sprich, da gibt es einige Probleme. Und wer etwas genauer wissen möchte, was jetzt da tatsächlich ist, der klickt einfach auf den Link. Denn ich habe natürlich wie immer alle Links zu allen Tipps in die Video-Info-Box hier direkt unter dem Video reingepackt, wo ihr alles nachvollziehen könnt und nachlesen, nachschauen könnt, was es damit auf sich hat. Also, vielleicht werden ja die Free-to-Play-Games dann doch wieder untergehen, was ich jetzt aber auch schade finde. Ich meine, natürlich gibt es damit so Probleme mit Free-to-Play-Games. Das ist jetzt auch nicht in jeder Hinsicht das Gelbe vom Ei, aber ich finde es auch in manchen Fällen ziemlich gut. Denn es gibt gute Free-to-Play-Games, die nicht Pay-to-Win sind. Und deshalb wäre es ja schade, wenn dieses Geschäftsmodell dann in dem Fall nicht mehr möglich wäre in Deutschland. In Dubai, also das, was verrückt ist, in Dubai wurde geschaut, wer über einen Monat mehr Gewicht verlieren kann. Beziehungsweise das, was du über einen Monat an Gewicht verlieren kannst, wurde dann in einem entsprechenden Goldbetrag aufgewogen. Das heißt, die Regierung, beziehungsweise der Herrscher in Dubai, hat an die Bevölkerung Gold ausgegeben für deren Gewichtsverlust. Und das ist natürlich schon eine ziemlich krasse Anregung, um die Leute dazu zu bringen, ein bisschen abzunehmen. Ich meine, Amerika könnte das wahrscheinlich nicht bezahlen. Die haben ja sowieso schon genügend Schulden und wahrscheinlich auch dementsprechend viele dicke Leute. Aber dass in Dubai auch so viele dicke Leute sind und dass sie so ein großes Problem damit hatten oder haben, nach wie vor, wusste ich nicht. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob diese Maßnahme so gut ist. Denn wenn man über einen Monat möglichst viel abnehmen muss, dann ist der Jojo-Effekt ja quasi vorprogrammiert. Aber gut, ich finde zumindest die Nachricht und die Idee oder Herangehensweise ziemlich kurios. Ein weiterer Punkt, allerdings nicht ganz so lustig, ist ja, dass eine Chinesin angeblich von einem iPhone getötet wurde und zwar mit einem Elektroschock. Jetzt hat man herausgefunden oder will man herausgefunden haben, dass das Ganze an einem gefälschten Ladegerät gehangen haben soll. Ja, das ist natürlich immer so eine Geschichte mit diesen Zweitherstellern, gefälschten Produkten etc. Aber dass man dadurch dann sterben kann, das ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und inwiefern das jetzt tatsächlich der Fall war, das müssen wir wahrscheinlich noch abwarten. Aber es sieht doch stark danach aus. Apple hat ja auch selbst dann Ermittlungen einberufen, um das Ganze ein bisschen Licht ins Dunkel reinzubringen. zu bringen. Der Link dazu natürlich auch in der Beschreibung. Dann kennt ihr vielleicht dieses Portal. Kickstarting heißt das, also Crowdfunding im Endeffekt, dass viele Leute ein bestimmtes Projekt finanzieren und so der Initiator von dem Projekt seinen Traum verwirklichen kann. Das gab es vor über einem Jahr schon mal mit einem Projekt namens Blink1. Und das ist ein kleiner USB-Stick im Endeffekt, der blinkt, wenn zum Beispiel eine E-Mail eingegangen ist oder sonst irgendwie was auf diesen kleinen Stick gecodet ist. Also, dass er irgendwas anzeigen soll, egal welchen Input auch immer. Und die haben jetzt wieder einen neuen Kickstarting-Projekt gemacht mit einem Blink1-Nachfolger. Und ich finde, das ist ein interessantes Projekt und werde es auch weiterhin verfolgen. Ich wollte mir auch schon die Vorgänger-Version kaufen, allerdings gab es sie dann irgendwie nicht. Und gerade für Leute, die ihren Laptop anlassen, aber den Bildschirm zuklappen und trotzdem wissen wollen, wann eine neue E-Mail reingekommen ist, ist das ein wirklich super Projekt. Funktioniert zum Beispiel auch mit IFTTT, wem das was sagt. Und hat sehr, sehr viele Funktionalitäten, die einem im Alltag dann doch ein bisschen nochmal den PC in den Alltag integrieren können. Da finde ich ein super Projekt, schaut es euch mal an. Dann, YouTube testet und testet und testet immer wieder an neuen Designs, an Veränderungen und so weiter. Jetzt gab es wohl wieder einen Test, in dem das komplette Design zentriert ausgerichtet sein soll. Das heißt, alle Sachen sitzen genau in der Mitte. Ja, ich bin da ja ein Befürworter von, denn von zentrierten Designs halte ich sehr viel. Im Gegensatz zu Sachen, die einfach nach links angeflanscht sind und dann auf der rechten Seite im Bildschirm ein riesen White Space vorhanden ist. Und das finde ich einfach scheiße. Ich finde es natürlich noch schöner, wenn der ganze Bildschirm ausgenutzt wird. Aber ich meine, gut, das ist ja kein Wunschkonzert. Deshalb fände ich es jetzt in meinem Fall gar nicht so schlecht, wenn dieses zentrierte Design auch tatsächlich für alle kommen würde. Ob das der Fall ist, denn das weiß natürlich bisher noch niemand. YouTube testet irgendwie jede Woche irgendwie was. Mal schauen, was dabei rauskommt. Außerdem für alle YouTuber ist es natürlich immer eine Frage, wie lange sollte eigentlich mein Video sein? Und ich habe einen langen, interessanten, na so lang ist er gar nicht, interessanten Artikel gefunden über ein paar Gedanken zur Videolänge. Wie lang sollte eigentlich ein Video sein? Und ist 10 oder 15 Minuten tatsächlich die richtige Länge? Noch ein weiteres Pünktchen von Google ist Google Street View. Ich finde diesen Service einfach genial von Google. Man kann fast an fremde Orte reisen, ohne jemals dort gewesen zu sein. Man kann sich trotzdem einen entsprechenden Überblick verschaffen. Ich habe das schon in den verschiedensten Städten, in den Ländern und so weiter gemacht und bin da einfach mal eine Stunde in der Gegend rumgefahren. Und jetzt können Leute auch auf den Eiffelturm, wenn du noch nie in Paris warst und da schon immer mal hin wolltest und das Ganze von oben angucken willst, dann ermöglicht dir das jetzt Google Street View. Finde ich eine super Sache. Sollte man sich mal anschauen und sieht auch richtig nice aus. So, dann hat mir Chimpanse einen Link geschickt. Vielen Dank dafür. Und zwar hat er mir gezeigt, dass es Leute gibt, die wirklich verrückte Ideen haben und Zeichentrickserien in die Realität umsetzen wollen. Ihr kennt ja sicherlich alle Futurama, wo die Leute so Kapseln in der Gegend rumschwirren. Und das hat jetzt tatsächlich jemand versucht, mal in die Realität umzusetzen, beziehungsweise gewisse Konzepte dazu gemacht. Und dann könnte man in sehr, 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 sehr schneller Zeit einfach von der West an die Ostküste in den USA mal kurz rüberflitzen. Und ich wünsche mir ja sowas schon lange. Ich fände das richtig geil, wenn es sowas gäbe. Aber ich glaube, die Entwicklung zu sowas dauert natürlich noch ein ganzes Weilchen. Aber vielleicht ist ja da der entsprechende Denker am Start, der sowas dann voranbringen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Zum Schluss gibt es ja noch zwei Tipps und zwar Web-Tipps für die Leute, die sich einfach mal ein Video reinziehen wollen und ein gut unterhaltenes Video, nein, eine gute Unterhaltung in Form eines Videos sehen wollen. Es gibt ja immer wieder so Videos, die gehen ab wie eine Rakete und das völlig zurecht. Und bei diesem Video, finde ich, ist es auch wieder absolut zurecht. Denn der Junge, der das spielt, spielt einfach mal drei, zwei, zwei Instrumente gleichzeitig und singt noch dabei. Also er spielt seine Gitarre und sein Schlagzeug und singt noch dazu und das alles gleichzeitig. Wenn du die Augen machst und das Ding zum ersten Mal anschaust, denkst du echt, das ist eine Band, die spielt da ein, ja, sogar ein ziemlich gutes Lied. Und dann bist du ziemlich erstaunt, wenn du siehst, dass das ein einziger Mensch ist, der da hockt und sein Lied runterspielt. Das ist ziemlich genial. Schaut euch das Video mal an. Ist natürlich in der Beschreibung direkt hier unter dem Video. Und zum Schluss, wer Pacific Rim schon gesehen hat oder es noch sehen will und sich immer für Hintergrundinformationen bzw. für Behind-the-Scenes-Material interessiert, der sollte sich mal das Video anschauen bei Wired. Denn da gibt es ein paar Features, ein paar Bilder, wie das Ganze entstanden ist bzw. was sich die Macher davon gedacht haben bei einzelnen Shots. So, das war es jetzt aber für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine schöne Woche, einen schönen Wochenstart oder schöne Ferien, wenn ihr welche habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Tschau. Tschau.